Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Infos mit Black Ops 2 oder mit irgendeinem Gameplay. Auf jeden Fall, irgendwo. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, mache ich nicht mehr so regelmäßig Videos an den Tagen. Ich habe auch ein paar Projekte rausgenommen. Derzeit sind ja nur LCP-DFA und Black Ops 2, aber scheiße kommt bei mir jetzt nur noch Black Ops 2. Weil ich langsam die Lust an GTA 4 ein bisschen verliere, weil es die ganze Zeit nur durchgeht. Danke GTA 4, dass du mir die Lust wegnimmst. Aber, naja. Mit Mods ist es halt nicht so Spaß. Meine Kippie hat diese Wingen drinnen sollen. Das ist ja okay. Und, ja, ähm, ein bisschen lober auf sie ja. Ähm, ich wollte ein paar Infos zu meinem Ablöp-Plan machen. Irgend hier. Ich mache das jetzt so. Ich mache einfach, ich habe ja gesagt, in meinem letzten Info-Video war das ja so, ähm, überhaupt nicht wahr, dass jeden, in, wie habe ich das nochmal formuliert? Mann. Dass einmal in zwei Wochen auf jeden Fall ein Video kommt. Aber dass das halt an den Tagen kommt, wann es kommen soll. Ich habe mir das jetzt so gemacht, es kommt mindestens in zwei Wochen ein Video. Aber, ähm, dann wann ich will. Ich habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Montag ein Black Ops-Video aufnehme, oder sagen wir mal an einem Freitag, so, an einem Freitag. Und Black Ops kommt bei mir im Milchwoch. Jetzt muss ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage warten, bis das online ist. Und das ist ein bisschen, hm, so. Dann mache ich das einfach so, ich mache das dann fertig, ich renne das, also ich mache es dann auf jeden Fall fertig. Dann mache ich es so für den nächsten Tag, irgendwann, kommt auch wann morgens, mittags, abends, irgendwann am nächsten Tag. Dann könnt ihr sicher sein, dass das hochgeladene Video an dem Tag davor war. Ähm, ja, vielleicht werde ich noch ein paar, vielleicht werde ich noch eine ganze Woche durch aufnehmen. Aber, ähm, ich muss gucken, weil Schule und so ist ein bisschen, ja, jetzt als Elternsprechtag gehabt, ja, die Lehrerin sagt, ja, ich höre mal auf mit, ja, weil das ein bisschen ruf rüberkommt. Und, ähm, ja, ich werde dann jetzt ein bisschen Sommerferien ein bisschen durchackern müssen, weil Schule ist wichtig, die Ausbildung und alles mögliche. Kopfhörer kommt nach oben. Und, ja, ich würde noch ein bisschen bei meinem Menü stüge, meine Kopfhörer sind immer noch nicht da, weil wir immer noch den selben Tag haben, wo ich den Kopfhörer nehme. Dieses Video kommt zwei Tage später, das ist das Black Ops-Video, wir haben heute Mittwoch, Donnerstag, dann wird es wahrscheinlich... Mal gucken, vielleicht wird es, ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass es nicht am nächsten Tag, wenn das, wenn ein Video da ist, dass es am letzten Tag aufnehmen wird, dann ist es vielleicht die letzten ein, zwei Tage ist es dann her, so, kommt auch an, was mit meiner, wie viel ich Zeit habe, so. Und, ja, immer halt so ein Applaus, ich bin gerade immer noch kaputt, weil ich nehme das Video genau nach dem Black Ops hier auf, das heißt, ich bin immer noch gerade eben erst von dem, ähm, Bundesjugendspieler gekommen, also, Bundesjugendspiele sind das, wenn ich weiß, dass das ist, das sind so leichter, da müssten wir Weitsprung machen, was ich nicht machen durfte, ja, ich hatte auch gar keinen Bock darauf, weil, wegen meiner Hufticht ist es ein bisschen ungerade, ne, ne, warte mal, ich muss das, boah, jetzt sitze ich gerade, naja, fast, eine Zeit, passt schon, und, ähm, da war es halt so, meine Eltern hatten ein bisschen Schiss, dass mir der Hufturm tut, bei dem Kundenhoof, wer es nicht weiß, kann sich in den letzten Folgen da von ein paar Monaten, etwa zwei Monaten angucken, da erkläre ich das noch, glaube ich, ein bisschen, ich weiß es nicht mehr. Und da hatten meine Eltern Angst, dass ich, dass da wieder was passiert, darum, sollte ich Weitsprung nicht machen. Dann mussten wir werfen, ich habe wahrscheinlich 30 Meter geworfen, ich bin nicht der größte Werfer, ich bin generell nicht so ein Sportler, und, ähm, dann hatten wir 100 Meter Lauf, und dann hatten wir noch Kilometer Marathonlauf, sag ich mal so, Also, mussten wir halt schon in der Gruppe, alle neun Klässler zusammenlaufen, und dann noch so, ein Kilometer, oder 1,5, ich weiß es nicht. Und, ja, jetzt war anstrengend, meine Füße tut weh. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich werde wahrscheinlich noch ein kleines Review zu den Kopfhörer machen. Und das mit dem Uploadplan ist wahrscheinlich jetzt klar geworden, dass ich das nur noch dann upload, wenn ich an Zeiten Lust habe, und, ja, was, wegen der Schule, Schule ist scheiße, kann man ruhig mal sagen, aber ich freue mich schon auf die Arbeit. Blöd ist nur, mein ganzes Wochenende, äh, Wochenende, sag ich schon, mein ganzes, ähm, meine ganzen Sommerferien sind eingeplant. Jetzt in drei Wochen Ferienjob, und die restlichen drei Wochen bin ich in Russland, bei Oma und Uwe, Oma und Uwe bin ich da. Besuchen, fahren wir nicht so oft hin, kann ja mal. Ich muss ja nicht immer hier rumkommen, naja, ähm, was ich noch. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch, vielleicht für jede Woche ein Video irgendwie noch vorbereiten, dass ich sechs Videos muss dann. Ah, schaffe ich schon. Ja, schaffe ich schon, in der Zeit, wo ich einen Ferienjob habe. Apropos, ich habe ja gerade nicht gerade versprochen mit Wochenende. Jetzt ist ja, ein, zwei, drei, vier Tage am Wochenende, Premium. Morgen ist heute Tag. Ich muss dann noch in die Stadt, ein paar Geschenk kaufen. Ja, ich habe noch eine Sache, ich verkaufe meinen GTA 5, wo stasch, da, einen GTA 5 für Xbox. Wer sich zuerst meldet, kann ich mir abkaufen. Was habe ich denn da? Ich sollte in einem Laden aufhängen gehen. Und ich war für 30 Euro. Wer schaben will, kann schaben. Zwei CDs, geil. Das waren ein paar Infos am Rande. Wer Interesse angeht, der, wer Interesse angeht, der 5 hat, hey, löscht dich bei mir und dann mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Naja, das war es mit dem Video. Ich frage mich, wie viel an ich das gebe. Die Aufnahme ist jetzt 6 Minuten. Na, kommt auch wann, was ich da mache. Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.